Erst passiert lange überhaupt gar nichts und dann kommt alles auf einmal, keine zwei Minuten später. Die Antwort des VfL aus Nabrück über Traoré, dann Tesche, dann ein Gewurschtel an 5-Meter-Raum und da steht Marc Haider. Der Ausgleich, 82. Minute. Sieben Minuten auf dem Fels, der Marc Haider zum zweiten Mal in Folge nur von der Bank, aber er steht eben da, wo ein Mittelstürmer stehen muss. Der Ausgleich für die Lila-Weißen. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.